Beim Third Weight geht es darum, dass man von der Bohne bis hin zur Tasse alles unter sozialen, qualitativen und nachhaltigen Aspekten behandelt und das Ganze einheitlich in die Tasse bringt. Public Coffee Roasters ist eine Spezialitäten-Kaffee-Rösterei und wir versuchen Qualität und Spezialitäten-Kaffee für jeden Tag zu machen. Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle, sei es in der Rösterei, beim Einkauf, beim Rösten oder beim Verpacken, als auch in den Läden, bei sowas wie Strohhalmen, Bechern und so weiter.